Mit dem Hammer. Ach stimmt, ich bin in Immersive Engineering. Ja! Okay. Das kann wieder weg. Die zwei können wieder hin. Jetzt brauche ich meinen komischen... den da. Ich hoffe, meine Blumen gehen nicht kaputt. Das ist ungünstig. So. Wo ist denn die braunen Stumpen? Da. Connector, genau. Ich habe keine... doch habe ich. Dann können nämlich die ekelhaften Kabel hier auch verschwinden. Dann kann nämlich langsam mein Generator, sag ich schon, mein Reaktor von da oben verschwinden. So. Die müssten jetzt eigentlich wieder an sein. Ja, natürlich sau wenig Energie. Das ist mir schon klar. Ähm. Weil einfach die... die Räder da oben nicht so viel bringen. Aber theoretisch habe ich einen Wooden Post dabei. Nein, die habe ich schon wieder weggetan. Wow. Theoretisch kann ich nämlich die andere Seite von den Rädern auch mal anschließen. Dann hätte ich ein bisschen mehr Energie. Und irgendwann habe ich ja mal einen Tesserakt. Mit dem funktioniert das auch ganz toll. Ich finde es halt einfach die Stromkabel cool. Deswegen mache ich hier gerade das mit den Stromkabeln. Zack. Brauche ich wieder mein Hämmerchen. Hier. Ach nee, da hängt schon einer. Halt. Da brauche ich mein Grüne. Na. So. Ich hoffe, es hängt ja jetzt nicht durch die Erde durch. Nein. Karo, du weißt es mit Sicherheit. Wenn ich da drüben auf der anderen Seite dieses Pöppel dahin hänge, transportiert er mir die Energie dann trotzdem weiter? Oder geht es nicht? Dann hätte ich es jetzt, glaube ich, hier drüben hängen müssen. Ich will eigentlich jetzt nur schnell drüberspannen. Normal schon. Okay. Ich probiere es einfach. Ach so. Halt. Zack. Okay. Es kann auch sein, dass es jetzt im Wasser steht, ne? Nee. Okay. Wollte ich gerade machen, tatsächlich. Nein, das geht nicht. Also die beiden verbinden kann ich nicht. Muss ich da nicht irgendwas draufklatschen? Das glaube ich dir nicht, Lukas. Ich bin gerade verwirrt. Also du verarschst mich gerade. Und ich kriege keinen Ton hin. Immersive Engineering ist theoretisch in meinem Mod-Buch. Kann man mal gucken. Also wie gesagt, entweder du verarschst mich oder ich kriege halt keinen Ton. Aber auf jeden Fall hallo. Guten Abend. Alles gut. Da war doch irgendwo Immersive Engineering. Das ist nicht. Das ist. Immersive Engineering. Doch, stimmt schon. Bin ich jetzt doof? Ne, da ist es doch. Meine Güte. Ähm. Sorry, weil man mich gerade blättern hört. So. Ich, ich belese mich gerade. Das. Lol. Ne, doch nicht. Entschuldigung. Irgendwann habe ich's. Ich komme damit auch nicht weiter. Ich weiß jetzt, dass man mittendrin eine Lampe hinknallen kann, aber das bringt mir jetzt auch nicht weiter. Na gut. Hoppala. Jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen. Ach so. Ne, ne. Mach mal so weg da. So. Hoch. Ja, das hatte ich gerade vor. Ich mach dann jetzt auch mal weg. Tschüss. Vielleicht klappt's so. Das hab ich vorhin gerade probiert, ne. Ja gut, dann mach ich einen Post weiterhin. Zack. Hier, damit ich dann am besten so schräg, dass ich da einfach rüber kann. Äh, ja. Ich hab ja noch einen hier. Ich hab aber keine Zäune mehr hier. Doch, ich hab auch noch Zäune hier. Wow. Ich bin begeistert von mir selber. So, eins, zwei, drei. Wie viele waren das jetzt? Vier, ne. Eins, zwei, drei, vier. Ja. So. Und der Post drauf. Halt. Ich muss erst mal umhämmern. Den hab ich schon weggepackt. Genau. Nein. Verdammte Axt. So. Äh. Wunden Post. Zack. Warum hab ich denn das jetzt? Jetzt doch nicht. Also, wenn's Bugs gibt, äh, gibt dann nämlich alle mit. Jetzt doch. Hab ich noch... Ich hab da noch einen Coke Brick. Mein Hammer ist hier. So. Ich hoffe, nur das Kabel langt jetzt soweit. Ja. Einmal. Zack. Ja. Gut. Dann haben wir jetzt beide, äh, verbunden. Jetzt müssen wir normalerweise ein bisschen mehr Strom haben. Ja gut, da geht's immer noch runter. Ich denke, irgendwann kommt der Tesserakt und dann ist es nicht mehr so, äh, so dramatisch. Glaub ich null. Jetzt sind meine Lichter noch an. Meine Lichter sind noch an. Aber das ist auch nicht mehr bald. Vielleicht sollte ich mich mit dem Tesserakt ein bisschen schicken. Da ist aber auch alles... Ja. Da hängt alles dran. Vielleicht sollte ich noch eine Hilfsenergie-Linie da lassen. Und dass das nicht mir jetzt alles ausfällt. Halt. Die, glaub ich, hab ich hier drin. Okay. Kann sein, dass der Anschluss nicht stimmt? Oh, dann lässt sich doch da drüben wieder mein Kabel. Nee? Ah, jetzt hat... Haha. Okay. Ich muss doch keine Hilfsenergie-Linie machen. Schön. Freut mich. Ja, da kann es hier brav schön weiter wachsen. Da hinten wächst auch alles. Wunderbar. Ja, okay. Ja, ich glaub, orange ist, äh, rein, blau ist raus. Ich glaube. Ach. Ähm. Das hab ich jetzt verbunden. Da wollte ich. Das kann hier weg. Ich knall den mal... ...da hoch. Ja, dann können hier die ganzen... ...Kabel weg. Geht das? Nein, das geht nicht. Ich verwechsel das aber auch ständig. Also, das ist... ...Standard. Das ist schön, wenn die Kabel mal wegkommen. Wenn man tatsächlich mal vorankommt und irgendwas sieht. So, der Zaun hier kann auch weg. Ähm. Boah, es kann sein nicht, dass ich das gesagt hab, dass ich mal ein weißes und ein schwarzes Pferd gern hätte. Aber, keine Ahnung mehr. Irgendwann werde ich mir noch weitere Pferde holen, wenn ich weiß, warum die mir ständig aus meinem blöden Stall ausbüchsen. Dörfen Pferde. So. Huch. So. Toll. Schön, dass ich reinfliegen kann, aber nicht mehr rausfliegen. Ah, cool. Eher mal schauen, wann ich dazukomme. Genau, hier hinten kommt jetzt ein kleines Häuschen raus. Farmhaus mit Feldern im Loch links. Das sind meine Beschreibungen. Und das Schöne ist, das Farmhaus muss jetzt ungefähr in dem Stil sein. Damit wir hier einigermaßen gleich sind. Ich muss auch hinten den Stall noch ein bisschen ändern, damit das alles wieder zusammenpasst. Ah, ich hab Freude. Das ist lieb. Dankeschön. Okay, das Lied ist ja furchtbar. Ich muss mir angewöhnen, jetzt alles immer in mein Ding hier zu schmeißen. Das kann noch rein. Das kann noch rein. Nein, halt. Nein. So. Das kann auch noch rein. So, der Hammer kommt wieder rein. Der Hammer kommt wieder rein. Der kommt hier hin. Da stehen noch die Bäume. Mit Tomcraft. So. Hier hab ich Great Wood. Ich weiß nicht, ob ich Great Wood noch hier hab. Ich kann es suchen. Ja. 115 noch. Das muss auch gar nicht so groß werden. Das Häuschen dahinter. Weil das einzigste, was da reinkommt, ist ein ME-System extra für Früchte, damit ich kochen kann. Deswegen baue ich dieses Häuschen hier. Ich weiß nicht, ob ich sie umsetzen kann. Oh, ich will meine Kopfhörer schon wieder weh. Ähm. Ich probier's mal. Vielleicht wird's ja was. Das kommt dann weg. Da hab ich einen Block mittendrin vergessen. Mal schnell zu. Diesmal denke ich dran. Ja. Genau. So war das geplant. Jetzt aber denke ich dran, dass ich den Boden raus machen muss, nachdem ich bei meinem anderen Häuschen da nicht dran gedacht hab. Halt. Je. Mein Kopfhörerkabel quietscht gerade an meiner Bluse. Hoppala. So. Unten ist die Lurium. Das nehme ich mit. Dieses Lied ist so cool. So. Genau. Jetzt brauche ich wieder Great Wood. Hoppala. Ich muss mir mal wieder eine Schaufel machen. Irgendwann. Nein. Ich hab's gesehen und trotzdem gedrückt. Halt. Oh Gott. Nee. Also deutsche Hitparade ist jetzt auch nicht meins. Ich hör sehr viel Musik, aber die gehört nicht dazu. Ich brauch Great Wood. Ich glaub ich hab aber kein Great Wood mehr. Also nee. Schlager geht nur Äh. Hoppala. Ich glaub ich hab beim Bäumefällen was vergessen. Geht nur betrunken auf der Bierbank. Und das bin ich meistens nie. Da haben wir auch kein Great Wood mehr drin. Okay. Nee. Ich hol mir einfach draußen. Schnell welches. Ich bin so ein Mensch. Ich äh. Bin mir die Sachen immer selber hund. Wo muss ich denn hin? Da. Aber ich hab ja auch diesen. Diesen blöden Bug. Dass die Bäume hier nicht wachsen. Das ist so ein Ja-Fick. Ja genau. Wenn man alles selber machen will. Und theoretisch wächst ja mein Great Wood direkt vor der Tür. Ich muss es halt nur holen. Ja.